Einen wunderschönen Willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit der Shiki Shiba Boink. Ach nee, äh, Sherry Boink. Ja, Shiba war es ja nicht. Sherry, oh mein Gott. Peilig. Ist egal. Achso, das war das hier. Genau. Ich kann das auch. Piu, piu. Und wir müssen da lang. Genau. Wir sind hier in so einem schönen chinesischen Herrenhaus hier. Oh. Boah, dem habe ich das Gesicht weggeschossen worden. Was ist denn eigentlich hier hinten? Alles okay hier? Hier schießt du um die da? Ja, ja, ja. Die schießen da hinten. Da hinten ist ein Schlüssel, den wir holen müssen. Echt? Wo? Achso, da liegt was unterm Tisch. Unterm Tisch. Unterm Tisch. Wie kommen wir denn da dran? Da, na, hier so. Warte mal, so. Nee. Dann müssen wir irgendwas verschieben hier. Möbelrücken oder so. Geht das? Warum liegt das eigentlich unterm Tisch? Vielleicht ist das ein Secret. Dann müsste hier irgendwo noch ein Hebel sein, der die Tische wahrscheinlich dann verschiebt. Wir müssen, glaube ich, den Tisch kaputt schießen. Echt? Ich hau den mal über. Ich glaube, der geht nicht kaputt. Ey, meinst du? Ja. Aber hier, oh, guck mal, cool. Andere Sachen gehen aber auch kaputt, ne? Sind diese fernsteuerbaren Bomben mal wieder? Boah, geht kaputt. Okay. Okay, die Scheibe hier ist kugelsicher. Ich möchte gerne da dran. Hier geht's nicht weiter. Hm. Hm. Tja, gute Frage. Wie kommt man da dran? Warte mal, warte mal. Ja. Geh mal weg. Boah, bist du gut. Und, hast du ihn? Nee. Warte mal, ich muss mal... Halt. Äh, so. Vielleicht muss ich einfach so machen. Geht das? Nee, ne? Ist doch bescheuert. Keine Ahnung. Und die sehen hier 20 Minuten lang, wie versucht wird, dieses Ding darauf zu sammeln. Ernsthaft. Ernsthaft, Leute. Ernsthaft. Ist das euer... Ich möchte... Vielleicht können wir das gar nicht aufsammeln. Meinst du? Aber warum ist es denn da? Oh, hier war ein Grafikglitch. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte, ich könnte hier durchglitch. Jetzt bist du umdrauf. Du warst sogar umdrauf hier. Warte mal, wenn ich... Wenn ich gekonnt mich runterrolle... Einziges geht. Ja, guck mal, wenn ich jetzt so mache und... Nee, das geht nicht. Also, lass es sein. Wir haben hier übrigens noch ein bisschen zu tun gerade. Naja, gut. Wo? Ich hab die Orientierung verloren. So, der Elefantenschlecht hat zugeschlagen. Echt? Oh, wow. Ich komm nicht da. Was? Fass mich nicht an, hat er gesagt? So. Der ist hinüber. Zumindest jetzt. Unglaublich. Und die alles abkönnen. Hier ist es. Das war der Schlüssel, ne? Das, äh, ID-Medaille, genau. Ähm, da unten ist irgendwie... Party? Ja, ich glaub, ja. Das ist Musik. Sonst? Sind da Leute? Noch nicht. Wir haben bestimmt gleich getriggert. Ach, Quatsch. Guck mal hier. Monkey Business. Toll, ich kann hier nicht rüber. Na, du musst auf der anderen Seite, glaube ich, runter, ne? Oder? Geht's da runter für dich, oder? Äh, ja. Okay, dann komm ich hier auch. Dun, 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 dun. Oh, da kommen sie. Der Elefantenschlecht verwandelt. Ich hab jetzt den Kopf weggeschossen. Der Elefantenschlecht verwandelt sich gerade. Warte, 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 warte. Ich halte meine... Achtung. Drei. Zwo. Eins. Baaah. Hä? Ich glaube, er ist tot. Das ging aber schnell. Ja, der Elefantenschlechte halt. Der ist echt gut, ne? Guck mal, hier sind zwei Gongs. Ich glaube... Äh, da kommt noch einer. Da kommt... Ja, ja, ich seh's gerade. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Gerade mitbekommen. Oh nein. Och, daneben. Keine Muni mehr. Na, komm. Au, 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 au. Dowie Idee. Dowie Idee. Wo ist er? Wo ist das Vieh? Das ist, äh, dahinter. Hier ist ein Schnellfeuergewehr. Wo? Hier hinter. Ach ja. Ich krieg's nicht. So. Komm, lass das heilen. Ist es viel noch am Leben, oder? Ich hab's. Okay. Komm, bitte lass mir Emotionen fallen, sonst hab ich vielleicht ein Problem. Nee, der nicht. Oh, keine Muni mehr. Ich glaube, wir müssen die, wir müssen die Gönge schlagen, oder? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier durch die ID-Tür. Hier kann ich dich hochwerfen, warum auch immer. Ach nee, die können wir nicht öffnen. Oh, da ist Munition. Wo? Ach so. Hab ich schon. Hier ist ein Gegner. Hier steht nur irgendwo. Und man braucht 10 Medaillons, um den Durchgang zum Osten zu machen. Was? Hast du gehört? Nee, ne? Nee, ich bin hier gerade beschäftigt mit Gegnern. Und zwar hat er gesagt, wir brauchen 3 Medaillons für den Westen und 10 durch die Tür, die du da hast. Die müssen wir hier in der Mitte reinwerfen. Hier. Ey. Hier. Wir haben ja 6, ne? Warte mal, ich mach mal kurz. 1. Äh. 2. Und 3. Jetzt müsste... Wow. Die ist schon mal aufgegangen, okay. Jetzt können wir hier hoch. Guck mal, hier hinten. Ah. Da bin ich mal gespannt. Da brauchen wir noch 7 Stück, ne? Ne, 4 brauchen wir noch. Ne, ich hab 3. Und was musstest du die letzten 6 Monate ertragen? Und du? Ne, insgesamt 10. 3 sind doch drin. Ach so. Warte mal, hier ist doch die Tür. Beim zweiten Mal war es genauso scheiße. Erstmal. Oh. Oh, ist das Mao Zedong hier? Wer ist das da oben? Kim Jong Il? Nein, das ist das falsche Land. Ach so. Das ist das... Oh, hier ist eine Pflanze. Was war das? Ach so. Mit da hier. Hier ist eine Pflanze, hast du gesehen, ja? Jo, ich hab sie eingesammelt. Ich mixe schon mal schnell. Klirr-Moment. Oh mein Gott. Was denn, schon wieder Gegner, oder was? Jo. Ich seh's gerade. Mao Zedong. Mao Zedong sind sie. Mao Zedong. Mao Zedong. Ich würde jetzt gerne auch mal eben erst mixen. Ach, ich hab das schon. So, Munition haben wir. Oh. Wo bist du? Da. Ich mache Bösewichter. Ei. Warum kann ich den hier nicht... Hä? Ähm. Was? Was? Oh mein Gott. Steh auf. Oh oh. Da kommt wieder ein Vieh raus. Moment. Zwei. Eins. Und. Oh oh. Hey, ich werde alle schossen. Da oben. Es kommt ein Vieh hinter dir her. Äh. Boah. Stier. Das war irgendwo ein Vieh. Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr. Wo ist denn noch ein Gangmitglied hier? Da. Ja. Kann ich hier irgendwie Klavier spielen oder so? Ich weiß es nicht. Ich spiel mal eben. Okay. Ui. Schön. Hast du fein gemacht? Was ist das? Melohnung? Gibt es eine ID-Medaille? Ich kann echt die Sachen hier nicht mitnehmen. Hier liegt alles rum. Noch eine ID-Medaille. Oben sind noch irgendwelche Leute. Oh. Ach nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist tot. Jetzt auf alle Fälle. Ey, der Feuer hat einmal bloß wild um sich rum da oben. Können wir jetzt eigentlich noch da oben nö, ne? Ich glaube, der ist jetzt hin. Panachi, Tanaka. Ne, ist noch nicht hin. Ist noch nicht hin. Komm her. Ja, oh da, du, da, du, da, da. Komm hoch da. Jetzt ist er hin. Was? Immer noch nicht? Sie können auch einfach aus dem Raum hier rausgehen. Dann hat sich das auch erledigt. Jetzt aber. Was? Der ist immer noch nicht. Der ist immer noch da. Na komm. Wo bist denn du? Der hat 5.000 Treffer gekriegt hier. Komm hoch. Ja, tut, 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 tut. Vielleicht lebt er ja unendlich. Ne, jetzt, jetzt ist er tot. Er verwandelt sich. Ne, doch, ja. Hat das jetzt? Nein. Jetzt aber. Der hat so viel Schuss abgekriegt, die Sau. So, hast du alles? Ja. Okay. Huch. Da. Da hinten geht es nicht weiter, ne? Doch. Was haben wir denn hier? Das ist jetzt auch noch zum Secret, hä? Oh, da waren... Dort zwei noch. Hier ist noch was. Oh. Boah. Guck dir das an. Was ist wo denn? Oh, 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 oh. Wo kommt die denn schon wieder her? Gute Frage. Oh, da ist noch Munition, Mist. Oh ja, jetzt ist da... Die war eben noch nicht da. Mal schnell nachladen. So. Was haben wir hier? Ein riesiger Bumblebee Swimming Pool. Die rote Farbe oder diese rötliche Farbe hat bestimmt nichts zu sagen, ne? Nein, das ist Holunder. Ah ja, das sind hier Rosenblütenblätter, Bachblütentee hier. Man kann hier lang krabbeln hier unten drunter, warum auch immer. Vielleicht gibt es ja hier einen ID-Tag. Nee, war nichts drin, ne? Hier kann man so rausklettern über eine Leiter. Ah, und hier kommt man nach oben? Nee. Ich fühle mich jetzt sauber. Ja? Guck mal hier, ich schiebe gerade was weg. Hier ist... Oh, weil hier, guck mal. Und hier ist noch eine Tür. Ich habe eine Pflanze gefunden. Echt? Wo, 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 wo? Unten. Wo ist unten? Da müsstest du jetzt direkt dran vorbeilaufen, wenn du runtergehst. Nee. Wo ist die? Wo ist die? Das war eine rote... Hey, jetzt sind wir schon wieder hier. Wo ist die rote Pflanze? Warte. Die war hier. Ach, da oben. Da, ich sehe sie jetzt. Da, da. Hier oben war sie. Wir sind... Also da oben ist der Raum, wo wir schon mal waren. Was ist der da oben? Ja. Sicher? Ja, weil da nämlich das ID-Tag unter dem Tisch liegt. Ach so. Und wir brauchen das. Ich krieg schon wieder Besuch. Ich krieg Besuch. Ja, ich komme wieder hoch. Wir brauchen das, was da oben kommt. Oh, hier kommt ganz viele. Jetzt kommt, hier kommen ganz viele. Ja, ich beeime mich. Aua, 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 aua. Wo sind die denn? Die kommen die Treppe runter. Wo denn? Ich baue, sind doch viele. Ich baue, ich baue, ich baue. Was so viel braucht, wahrscheinlich bloß sieben. Gehen wir nach oben. Willst du da hoch? Jo. Ich würde jetzt gerne durch diesen Raum hier gehen. Wo bist du? Ich bin jetzt hier oben. Da, ja. Das Ding ist immer noch da. Warte mal, ich probiere mal was. Warte, ich habe mal eine Idee. Warte. Warte mal kurz. Granate, oder was? Achtung. Ach so. Geh weg. Und? Mein Gott, sieht's hier aus. Ihr solltet aber aufgeräumt werden. Geil, oh man. Das war ja. Oh. Och, nö, komm. Hier kommen unendlich viele Leute. Wo kommen die, wo kommen die alle her? Vor allem, warum kommen nicht andere? Wieso sehen die alle immer gleich aus? Ja. Und wer ist dafür verantwortlich? So, jetzt können wir, jetzt können wir das Ganze jetzt fertig machen hier. Willst du die 10 reinwerfen? Ich glaube, wir brauchen bloß 7. Ich glaube, wir brauchen bloß 7. Egal. Obwohl, nee, da unten steht eine 10 und eine 3. Beziehungsweise, ich glaube, wir brauchen bloß insgesamt 10. Pass auf. Wenn du jetzt den letzten drin hast. Jawohl. Cool. Wir hätten schon längst rausgehen können. Das ist ja alles secret, oder? Ist ja egal. Nee, das ist doch gut. Nee, ist nicht secret. Oh, wir müssen gleichzeitig wieder. Achtung und los geht's. 3, 2, 1. Der geht vor. Oh, Sequenz. Ein rechter. Löschen. Kopieren. Steuerung C. Genau. Da hast du ja noch einen Stick. Eine Speicherkarte. Ins CD-Laufwerk geschoben. Hallo. Alles ist da. Guck mal hier. Ruf doch deinen Boss an. Wow. Oh, ich will auch so ein Handy. Ja, ist schon stylisch, ne? Ja, Ihnen geht's gut. Wir wurden inhaftiert. In einer Anlage. In China. Wirklich? Okay. Ich schicke die genauen Koordinaten. Ja, holen Sie da raus. Sie sind bereits in China. Es ist vorbei. Wir sind gerecht. Invasion, wa? Bist du fertig? Ach, wir haben's. Verschwinden wir endlich von hier. Ach, das ist jetzt das, was wir... Ne? Äh, bei... Bei den ganzen Sequenzen geht's doch dann um diese Speicherkarte. Hier ist alles drauf. Wo wir gegen den Big Boss von ihr vorgehen. Was ist das hier? Ja. Speicherpunkt. Wir sollten vielleicht kurz überlegen. Ach, war ein Speicherpunkt? Überlegen. Ne, dann, dann, äh, ähm, es ist das Beste hier an der Stelle wirklich ein Folgenpäuschen zu machen. Weil Speicherpunkt ist Gold wert. Ist Gold wert. Sehr gute Idee. Guck doch mal. Guck mal, da sind die Kameras, mit denen ich gesteuert habe und dir geholfen habe. Da hab ich mich reingehackt und konnte die dann steuern und dich, äh, nicht dich, also die anderen abschießen, ne? Bis auf die hier in der Mitte. Die hatte keine, keine Munition. Aber die mit dem Laserpointer, da konnte ich dann zielen und schießen. Cool. Du Hacker. Ja, ich war ein richtiger Hacker. Was ist das hier für ein Bild? Ich glaube, da kommen wir noch hin, hier. Das sieht, äh, sehr einwandend aus. Ja, ein Standbild ist das vor allem. Das ist auch ein Standbild. Was ist hier los? Na, wie auch immer. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Sofern ihr mögt, würde uns freuen, dann gebt ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar oder lasst einen Abo da. Einen? Ein Abo. Einen, einen Abo. Einen Abo da lassen. Bis dahin. Tschüss. Tschö. Bittö.